Let me see that sexy body go bop 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 Gefallen von der 9 auf Platz 10 der Hitlist Germany B2K und P. Diddy mit Bump 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 Let me see that sexy body go bop 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 We can build this dream together Zwei rauf auf die 9 geht's für die beiden Krawallkinder von Mark O. Mandy und Randy mit Nothing's Gonna Stop Us Now This world around the lovers We'll still have each other Die No Angels flattern von Wolke 7 runter auf Platz 8 mit No Angel Der Wahnsinn ebbt ab Daniel Kübelberg fällt mit You Drive Me Crazy auf die 7 Sagenhafte 9 Plätze klettern diese Woche Blue nach oben You Make Me Wanna auf der 6 Immer wieder gern genommen Alexanders Super-Single Take Me Tonight 1 rauf von 6 auf 5 Shania Twain mit Catching Wie in der Vorwoche Platz 4 50 Cent gibt die Spitze frei und Inder Club fällt auf die 3 In den Album Top 50 sind Evanescence aus Platz 3 Die Single steht noch besser da auf der 2 Ich hab da irgendwas gehört von wegen 30 Sekunden Pause Habt ihr das auch gerade gehört? 30 Sekunden Pause und dann kommt die Nummer 1 Also ich bin mir da nicht sicher Das sind ganz genau 30 Sekunden nicht lange Wartezeit sondern nur 30 Sekunden müsst alle dranbleiben Geil so in 30 Sekunden kommt die brandneue Nummer 1 Bleibt dran Hier hoch, gleich gibt's ne Aussicht So was habt ihr noch nie gesehen Aussicht? Welche Aussicht? Da um, da müssen wir rauf Ähm, hör mal Meister, gibt's Ihnen kein Lift? Genau, Lift Apfelsaftschorle aus knackigen Äpfeln und reinem Wasser Oh, super Aussicht Lift Apfelsaftschorle Auch als Apfelkassis Erfrisch dich richtig, lift dich Kinder, der Höhepunkt der Sendung ist erreicht Wir haben jetzt gleich die Nummer 1 vor uns, aber was noch viel toller ist, ihr könnt jetzt quasi euch jetzt mal anfangen an diesem Gewinnspiel zu beteiligen Wo ihr hier diese 8 Millionen, eigentlich jetzt nur 10, aber wir haben sie auseinander genommen, äh, Broses Alben, äh, euch klar machen könnt Und zwar müsst ihr dazu auch einfach eine Mail schicken an charts-at-mtv.de Und sollt euch, äh, sollt uns, äh, die Frage beantworten, was hatten wir uns für ne geile Frage ausgedacht? Wann oder beziehungsweise wo unsere Blitztour beginnt Wann und wo Und wer nicht weiß, kann einfach nochmal ein bisschen auf mtv.de gucken Vielleicht findet das ja Wisschen klicken Das heißt in welcher Stadt und Datum Klicken, klicken, klicken Genau, welcher Stadt und Datum Datum, Stadt, Uhrzeit Und, ähm, Datum, Stadt und Uhrzeit Ich glaube, wir haben das jetzt alle verstanden, Scheele Urzeit, Venue, Datum und Stadt Sehr schön So, passt mal auf, Leute, ihr glaubt nicht, wer auf Platz 1 ist Bundesland Wer ist noch auf Platz 1? Ich weiß es, ich weiß es Du wirst du das schon, der weiß nicht, klar Es ist, Wann Katerfeld ist auf 1 gegangen Und wir sind echt, wir haben uns echt gefreut für Sie Wann, wir haben uns auf diesen Weg, sagen wir es nochmal Yvonne, alles Gute und wir freuen uns echt für dich, dass du nochmal einstet hast Cool Und wir haben an dich geglaubt und es hat sich gelohnt Cool, und kennt ihr die auch persönlich und so? Ja Ja, total lieb Na, das ist doch, das ist doch Dann können wir das ja uns gleich nur noch angucken Aber was für mich viel wichtiger wäre Ich sehe ja immer, wenn ihr bei anderen Leuten zu Gast seid im Fernsehen Dann singt ihr immer für die dann mal auch eine Single Und ich will jetzt, dass ihr auch mal für mich eure nächste Single singt Ich wollte auch, Herr Nielfett, Dom Tor Und erst sagt mir genau, VIP, sag doch mal, sing doch mal Okay Ich freue mich Oh, ein Traum Hast du mitgesagt? Laum Ne, das finde ich gut Ach, was ich jetzt noch ganz kurz privat wissen wollte Bin ich jetzt in eurer Band oder nicht? Nein Okay, gut, schön, das war es für heute mit der Hitlist Germany Rose ist man da und jetzt reicht es, ist meine Sendung Hör mal Ross Also der Ross hat gedacht, der würde jetzt die Sendung leider übernehmen müssen Wir müssen Sie leider rausschmeißen, weil sie war zum ganzen Team einfach wüscht Und deshalb verabschieden wir uns jetzt, bis zum nächsten Mal